Scheu vor Entscheidungen Das Leben ist nichts anderes als eine unablässige Folge ständiger Veränderungen. Manche sind klein, manche groß. Deshalb werden sie auch ständig vor Entscheidungen gestellt, meist vor Kleine, hin und wieder vor Große. Entscheide Dich! Diesem Lebensgesetz können sie nicht entkommen. Sie können ihm nur auf zwei Arten Folge leisten. Eine mit negativen Folgen und die eine mit positiven. Negative Folgen beschwören sie herauf, wenn sie die Entscheidung treffen, sich nicht zu entscheiden, warum auch immer. Dann entscheiden andere über ihren Kopf hinweg und das geht niemals gut. Wenn ihnen positive Auswirkungen lieber sind, sollten sie daher keiner Entscheidung ausweichen. Schieben sie nichts auf, entscheiden sie sich. Zumal es die gefürchtete Fehlentscheidung nicht gibt. Selbst wenn eine Entscheidung negative Folgen hat, können sie nicht anschließend dafür entscheiden, die vorhergehende Entscheidung zu korrigieren, solange sie bis gewünschte Resultate eindrehen. Freunde, hat Ihnen diesen Vortrag gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Und es wäre nett, wenn Sie diesen Vortrag an Ihre Freunde und Bekannte teilen würden. Sie finden weitere praxisbewährte Informationen zu vielfältigen Lösungen Ihrer Herausforderungen auf der www.erfolgsunline.de Vielen Dank fürs Zuschauen.